Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rocket League Ranked. Leute, falls ihr eine ganz besondere Folge sehen wollt, für alle Mitglieder gibt es ab morgen eine neue Folge. Und zwar haben wir dort ein 4 zu 1 noch aufgegeben zu einem 4 zu 8. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das gibt es morgen für alle Mitglieder. Falls du auch Mitglied werden möchtest, einfach unten auf diesen Button klicken, Mitglied werden. Und es kostet dich nur 1,99. Also ist echt super günstig. Aber dann bekommt ihr jeden Monat eine Fail-Aufnahme, wo irgendwie alles schief geht. Und damit auch eine Folge, die ich nicht unbedingt allen Leuten präsentieren möchte. Weil es wirklich sehr, sehr viele Kommentare geben wird, die vielleicht nicht ganz so gut aussehen werden. Apropos gut aussehen, Leute. Ja, mein Gesicht ist es nicht, aber ihr seht es vielleicht schon. Mein neuer Merch ist ab jetzt online und live. In der Beschreibung ist ein Link, da könnt ihr dann eben euch mal die ganzen Produkte angucken. Es gibt T-Shirts in vielen verschiedenen Farben und Formen. Es gibt zwei verschiedene Motive. Einmal hier so ein schönes Blaumotiv. Aber eben auch so ein bisschen was so Rötlicheres. Und zwar, das Motiv ist quasi Dom als Eule verpackt. Hier das große D mit einem Blatt hinten unten am Ende. Dann eben die Eule und eben, ja, das ist quasi ein Konzept. Das D, das O und da unten sieht man noch so ein bisschen das M. Ja, also quasi eine selbstgezeichnete Eule von mir in einem Dom-Design. Aber eben auch mit meinem Kanal, die Eule ist da auch eben vertreten. Ist, glaube ich, ganz cool. Und vor allem hinten ist das Motiv nochmal mit einem Kreis in ganz groß drauf. Also nicht nur vorne bedruckt, sondern eben auch hinten bedruckt. Und es ist ganz, ganz, ganz komisch, das Shirt hier falsch rum anzuhaben. Mega weird. Und das könnt ihr euch natürlich dann auch in Schwarz holen. Auch dann zum Beispiel nur in Schwarz und Weiß, falls ihr nicht auf Farben steht. Hier kann man es auch nochmal hinten ganz groß drauf sehen. Ja, also hinten ist das schon auch echt sehr cool. Und natürlich auch als Jogginghose, falls ihr irgendwie mal joggen geht oder einfach auch generell zu Hause ganz bequem sitzen wollt, dann auch hier eine Jogginghose, die wirklich sehr, sehr toll ist. Gerne mal abchecken. Wie gesagt, Links in der Beschreibung, falls du Bock darauf hast. Und jetzt gerne das Video abchecken. Daumen nach oben nicht vergessen und natürlich Feedback schreiben. Wenn du Rocket League Autos, Items oder Blueprints kaufen oder verkaufen willst, schau bei A-Ware vorbei. Klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Und mit dem Gutscheincode AnyArt fahrst du nochmal 3% auf deinen Einkauf. Und wenn du Vollpreisspiele, Guthabenkarten oder dir neue Hardware kaufen möchtest, schau bei G2A vorbei. Der zweite Link in der Videobeschreibung. Schau es dir einfach mal an. Es ist bestimmt was für dich dabei. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rocket League Rankete mit dem guten Nico. Hallöchen, wie geht's dir? Hallo, na, wie geht's dir? Ja, hab ich dich zuerst gefragt. Ja, mir doch egal. Ja, mir doch egal. Ja, mir geht's super. Hoffentlich dir auch. Ja, mir auch. Hast du ein schönes Leben gehabt bis jetzt? Ja, geht doch, ne? Aber du? Ja, ich hab ein schönes Leben gehabt. Das ist schön. Ja, 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 ja. Ich bin Outpad, aber richtig hart hier gerade von den Typen. So, ja, ganz frische Aufnahmen. Erste Runde für uns heute hier in... Vielleicht mal durchlaufen den Ball. Nehme ich gleich an, wenn da kommt's. So. Stehen beide ein bisschen doof, aber kannst du vielleicht nochmal so unsnacken. Ja, nice one. Kommt runter, habe ich. Aber, denke ich, ich gehe ins Tor. Kannst du gleich drauf gehen? Ist ja super. Danke. Schönes Ding. Wir haben ein bisschen Baybed da oben gemacht. Ich komme mal... Ja, ja, Baybed ist super. Ah, kommen wir nicht ran. Na, auch noch nicht. Auch da noch nicht. Da ist ein Tor. An den würde ich rankommen. An den auch. Oh, doch nicht. Oh, ich gehe mal auch mit hoch. Wusste nicht, wo der Typ da war. Ob er da überhaupt war. Aber wir sind gerade ein bisschen reingedrängt, ne? Na, ist nicht cool, aber... Aber egal, wir gehen jetzt raus. Jetzt gehen wir raus hier. Jetzt... Breaking war free. Ah, der ist gut, aber schlecht. Weil er genau die Fresse ist von ihm. Der ist gut, aber schlecht. Ja, er kam aufs Tor, aber auf deren Fresse. Was machen die da zu zweit oben? Wiss ich. Sind aber auch kein Pre-Team. Achso, ja, dann vielleicht... Ja, dann macht's Sinn, vielleicht. Ja, oh, oh. Oh, 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 er ist weg. Okay, hast du einmal nach vorne vielleicht? So, 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 so? Schade. Ja, ein bisschen, aber nicht gut. Ah. Na, ja, muss ich nochmal hoch. Kann ich nochmal vielleicht weiterführen? Ja, du hast auch freie Bahn gerade. Weiß nicht mehr. Ja. Den wollte ich nochmal schön mitnehmen, aber... Oh Gott, das ist ein schwieriges Spiel gerade hier. Ja, komm, gefährlich. Ja, ich hab gefällt. Ich wollte eigentlich über das Backboard fahren, bin dann aber wieder runtergegangen und dann bin ich irgendwie schräg aufgekommen. Da kann man es vielleicht nochmal sehen in der Wiederholung. Und da komme ich irgendwie gerade auf und dann einfach weiterzufahren. Ich hatte halt 13 Boots und wollte irgendwas versuchen, aber wenn es nicht funktioniert, dann... Ah, blöd gelaufen. Das ist natürlich mein Fehler gewesen. Oh, bitteschön. Ja, komm nochmal rein. Ah, komm, ich wollte nicht dran. Könnest du. Ja, komm straight. Schade, hast du nochmal? Ah, nicht gut. Aua, ich wurde gerammt. Ja, 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 ja. Ich hab wieder gerammt, Alter. Den hab ich. Ah, du bist auch gut, bist du hinten wenigstens. Ja, aber trotzdem. Du konntest ja nicht gut hier, nicht gerne zweiten Pfosten. Ja, pass auf. Oh, oh. Ah, mies. Ah, schade, ey. 0 zu 2 jetzt schon hier. Ich hoffe noch, komm, let's go. Ja, ja, wir haben noch Zeit dafür. Ich dachte, er berührt den Ball, so. Fake maybe, ja. Ich dachte halt, er spielt den Ball. Deswegen bin ich ja schon hingegangen. Aber dann ist er einfach durch und der andere kam. Okay. Bin links. Jo. Ja, kommt links. Okay. Ähm, mhm, schade. Oh, hast du noch mal? Oh. Ja, leider natürlich nicht drin. Wird wieder mal gerammt. Zum fünften Mal. Gefühlt. Okay. Schönes Ding. Schönes Ding. Super. Alter, nice. Nice. Okay, 1 zu 2. Weiter geht's hier. Schön gemacht hier. Schöner Ball auf die... Ja, ans Backboard ist immer wichtig. Ans Backboard zu bringen, den Ball immer halt Gold wert. Weil dann müssten die anderen halt von unten losfliegen. Wir können halt von vorne losfliegen. Ist immer schon ganz gut. Ich bin links. Come on. Come on, come on, come on. Ja, nice. Dann habe ich oben. Schade, hast du? Ja, beides sind oben gewesen. Und 2 zu 2. Ja, Mann. Der perfekte Fake hier. So einfach geht's hier. Gegen die Laufrichtung. Er dachte, der schießt drauf. Also auch beide draufgehen. Es ist halt kein Pre-Team. Und das fragen mich auch immer viele Leute so. Ey, Dom, ich bin nur Gold oder so. Wieso bin ich nur Gold? Obwohl ich eigentlich gefühlt nicht schlechter spiele als ihr. Meistens ist es daran, dass man halt keinen festen Teampartner hat. Das merkt man auch gerade halt wieder. Die könnten besser spielen, wenn sie halt einen festen Mate haben. Wären die auf jeden Fall besser. Aber so mit den, ja, kommunikativen Sachen ist halt schwierig. Kann ich annehmen, wenn du möchtest? Okay, doch nicht. Sorry. Aber den. Ja, gefährlich. Da habe ich am Backboard gleich. Oh, doch nicht. Aber dann geht er halt weiter. Okay, jetzt sind wir mal kurz auftropfen. Du, du, du. Einmal tropfen lassen. Alles gut. Rüber. Dann soll ich wieder rauskommen. Jetzt sind wir wieder. Ja, ja. Aber jetzt. Aber jetzt. Schönes Ding hier. Leichte Touch noch gemacht. Lass liegen. Ich pinche ihn. Oh, das war die falsche Richtung. Ja, hat er noch mal mitgepincht. Das war das Problem. Ja, das habe ich schon gesehen, aber trotzdem. Einmal in die Mitte rein. Ja, wenig Boost. Ja, mach du dann weiter. Du hast mich da ein bisschen irritiert gerade. Ja, ich wollte den Typen zöchtern. Dann bin ich reingefallen. Ah, schade. Wie ein Kind ins Plansch wegkommt. Oh, geil, ey. Nein, was mache ich denn da? Oh, 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 okay. Der kommt nicht mehr weg. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Oh, okay. Ups. Ja, wie mein erstes Ding, ne? So einfach. Ja. Ja, alles klar. Kann man gerne auch mal so machen. Ich bin auf der rechten Seite. Ja. Bin geblieben leider, aber alles okay. Jo. Stark. Oh, sorry. Ich wollte ihn eigentlich zerstören. Alles gut. Hab ihn gesucht, aber nicht gefunden. Ja, ne, mir hört mich. Ja, nimmst du den halt nochmal an. Ah, du nochmal. Perfektes Ding. Ah, den hab ich aber reingeschnibbelt hier. Also einfach nur ganz locker easy so. Schön 3-3. Wichtiges, wichtiges Ding hier. So, okay. Wieder gut alle gemacht, alles hier. Wieder gut alle gemacht, alles hier. Ich mach mein Gehirn einfach aus jetzt, sag. Ach, was wird immer gefährlich. Alles gut. Ich bin Tor. Jo, mach mal noch. Mach mal noch. Mach mal noch. Ja. Alter, was für ein geiles Ding. Ja, Alter. Genau richtig so. So muss es sein. 4 zu 3. Und jetzt bleib einfach stehen im Tor, okay? Ja, ja, ich bleib stehen. So, alles easy. Ja, alles gut, oder? Ja. Ja, machst du nochmal spannender. Ja? So gut. So gut. So gut. Mach nichts. Einmal in die Wand, kloppen. Schönes Ding. Einmal in die Ecke. Ja, das habe ich. Es hätte ich ihn, das hätte ich vielleicht schaffen können, den Ball da rein zu machen, als ich war. Aha, jetzt gerne versucht, jetzt gerne gewusst. Aber schade. Eins, also schön, 1-0. Schade, aber schön. Schön, schön. Hast du nochmal? Schön. Der ist, der könnte, der könnte, der... Nee, ist ein bisschen zu weit weg. War mal für dich? Na, sorry, leider nicht. Der ist drin, ne? Ja, ja. Doch nicht? Oh, knapp, ey. Doch, doch, doch. Kommst du nicht mehr rum. Leider habe ich da gefaked fast, Ariel verkackt und eine Halbrolle gemacht, also eine Backroll gemacht. Ah, das ist halt blöd. Wenn man es verkackt, verkackt man es eben. Das ist nicht gut. Hast du nochmal? In der Mitte. Wow. Junge. Komm, geh bitte rein, Ball. Ja, Alter, ist das ein Krampf, ey. Alter, einfach wie, ey. Das war eigentlich sehr schön gemacht von mir hier und dann stehe ich dann nochmal und dann guckte ich nochmal auf mich und dann, also, weiß ich nicht. Okay, 2-1. Ja, letztendlich war er drin. Ja, alles okay. Oh, der wird gefährlich. Nee, ich kann ihn nur reinschieben, leider selber. Wäre er daneben gegangen? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich glaube, der wäre auch so reingegangen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ah, wer drin. Ja, der wäre drin gewesen, ja. Ja, irgendwie hätte ich ihn anders rausknallen können, den Ball. Aber irgendwie war es leider nicht möglich für mich gerade. Der könnte nochmal für dich sein. Ja, aber so ein bisschen halt, ne? Ja, immerhin machen wir die Dinger rein vorne, das ist schon mal wichtig. Ich springe da aber auch wie wild rum, so ohne Verstand einfach irgendwie springe ich und mache einfach was, aber klappt irgendwie gerade. Verunsicherung einfach auch, ist auch mal ganz gut vielleicht. Ja, ich bin links. Ja, kommt auch links. Ja, den machst du. Nicht hoch, danke. Nee, nee, geht nicht hoch. 4-2. Wunderbar. Ja, ich hatte Angst, dass der hoch geht. Dann gehen wir links. Oh, bist du feste? Naja, sehr feste, aber ist okay. Ich bin im Zor gerade mal. Ja! Oh, der passt! Lol, der passt! Nice! 5-2. Ja, so ein Spiel wünsche ich mir doch einfach mal. Ist doch schön. Ja, zwar kein 3-0, aber trotzdem 3 Tore vorne. Oder noch ein, ja, genau. Kann ja auch noch ein 6-2 werden, da sind noch ein 4-Tor-Unterschied. Habe ich? Den Boost habe ich auch nicht bekommen. Warum das? Verstehe ich nicht ganz. Okay, ich verfügt den Ball. Boast it. Passt du nochmal. Kommt nochmal hoch. Ja, komm, ist Pfosten. Ich übernehme. Ja. Jo, kein Boost mehr. Ich versuche nochmal irgendwie reinzukloppen den Ball. Ja, schwierig. Wollte nochmal hochbringen irgendwie, aber ohne Boost echt schwierig. Ja, mach ich noch rein. Ah, lol. Was ist denn das für ein Spiel gerade hier? Der war perfekt im Winkel. Alle rein. Der war echt, uff. Wie so früher auf dem Auto, auf dem Teppich, Autoteppich. Das war das Geilste immer, als Kind immer die Geräusche zu machen. Okay, ich bin hinten. Mit dem geilen Teppich, der war cool. Den einzigen, den es gab. Irgendwie sahen die alle gleich aus, ne? Schön. Hast du nochmal? Aber irgendwie hatte den auch jeder. Ja, es gab halt dieses 1. Wie soll ich so das meistverkaufte Spielzeug in Deutschland sein, ey? Einfach so ein Teppich. Hast du nochmal? Oh. Aber da. Oh, er ist aber genau da. Der Typ. Ja, aber er macht nicht. Oh, er kommt aber nicht ran. Hab ihn gerammt. Das reicht vielleicht. Bin in der Mitte. Wir fahren ihn nach vorne zu hauen. Ja, komm ich glaube ich nicht ran. Ah, schwierig. Alles gut. Wollte er so ein bisschen auf dich warten. Ja, dann kann ich einfach ein bisschen hinbeheben. Hast du nochmal? Oh, der war nicht gut. Alles gut. Aber perfekt. Platz war nicht gut, aber perfekt. Der wird gefährlich. Der ist auch nicht so schlecht. Da komm ich bei allen nicht dran ohne Fuß. Dann gehe ich da ran. Warte, hast du nochmal? Hab ich vielleicht sogar nochmal? Boah, aber krass. Schade. Hab ich nochmal? Jo, kommt gefährlich. Aber er macht da auch nichts draus. Hab ich? Darf ich jemanden Robust holen? So. Ja, okay. Ich will eigentlich in der Mitte spielen eben. Hab ich gesagt, hast du es gerade gesagt. Dann muss ich irgendwie abbrechen. Okay. Ähm. Lol. Da wurde ich doof gerammt. Ah, wenig Boost. Eigentlich nicht für einen Touch. Ah, hab ich nochmal gerammt. Ja, jetzt schwimmen wir aber auch gerade ein bisschen. Hab ich? Ein bisschen einfach nur so. Ja, ist ja schon vorbei eigentlich. Ja, ja. Deswegen kann man so ein bisschen auch mal was versuchen hier. Was für in der Mitte? Ja. Ich fälle aber gerade jeden Aerial hier. Ja, der kommt auch mal gefährlich. Tod, natürlich. Immer bin ich tot, wenn ich vorbeilege. Immer. Ja, aber schönes Ding. Leider drüber. Machst du nochmal? Ja, wird aber gefährlich. Aber keins mehr kassieren. Come on. Das haben wir uns verdient. Ja, hau ihn weg. Oho. Er ist drüber. Die fallen aber auch nicht so nah. Wie ein Ball irgendwie. Nee. Das ist ganz gut. Schade. Oh. Ja, wir gewinnen das Ding. Zwei Spiele gewonnen. Das heißt, ich müsste wieder so ungefähr auf Diamond 3 Liga 3 Kurs sein. Und hier schauen wir uns mal an. Ja, Diamonds 3 Liga 3. Wenn ich das gerne wieder rein schaue, bin ich vorbei. Jetzt sind wir mit dem Scheinwurf verlegen. Bereit. Tschüss, Kofsky. Tschüss. 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 Tito. Untertitelung des ZDF für funk, 2017